Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Heute sind wir zum Musikvideo «Tü-Tü-Tü» reaktet. Wir haben ja schon zum Lyrical Video eine Reaction gemacht, dort wo Anirut vorgekommen ist. Mit diesen zwei Hälften, glaube ich. Und heute wollen wir eigentlich das gleiche Lied, aber die Version, die im Film vorkommt, anschauen, wie wir das auch noch in Action sehen. An dieser Stelle möchte ich noch ein herzliches Dankeschön an den Nihilvijay aussprechen, und zwar für die Empfehlung. Danke vielmals dazu. Noch ganz kurz etwas zum Namen des Films, und zwar «Gardewakulöre» und «Gardewakulöre» habe ich schnell nachgeschaut. Heisst so viel, also übersetzt wie «In den Windpreisen gibt es zwei Liebinen». Das habe ich noch mega schön gefunden, die Übersetzung und auch die Wortwahl. Okay, natürlich mit der Übersetzung wird es etwas anders sein, aber trotzdem, so die Bedeutung ist eigentlich recht, recht schön. Passt natürlich den Namen zum Film, muss es ja auch. Aber nur so ein kleiner Side-Fact für die, das werden wahrscheinlich sehr wenige sein, die es nicht verstanden haben, so wie ich. Und ja, natürlich die klassischen Namen, Nihilvijay Setupati und Samantha sind natürlich wieder dabei. Zu ihnen haben wir glaube ich schon mal etwas gesagt, beim Trailer oder so. Aber auf jeden Fall mal schauen, ob wir etwas Neues entdecken, jetzt in dem Musikvideo als beim Lyrical Video, und ob sie das auch noch so gut hinbekommen. Let's go! So. Äh, Nitra, Samantha. Es ist immer wieder, ich sage es so oft, dass auch die Kulissen sind einfach mega schön. Eher so, so aufwendig, aber mit so viel Liebe verbunden. Liebe, Herz, apropos fast gerade. Hey, ich bin auch noch da! Du, 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 du du! Du, 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 du! Ja! Du, 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 du! «Dudo 1200» Ich habe mal doch voll die Farbe genannt, das ist so geil. Ausser Samantha natürlich. Hat man da sogar noch ein bisschen rausgestockt. Was hier auch klingt. Ah... Tung me ne Sonni, Mair me ne Wernji, How can you do this to me? Obe me ne ase a, konji konji kaoti, How dare you do this to me? How you dare... Es gibt zwar keinen Untertitel, aber ich glaube, Spidey bringen ja so ein bisschen... Das Argument, wieso er zu ihnen so kusset. Aber korrigiert mich, wenn ich es in meinem Zeichen erzähle. Ich stelle das Bein, wenn ich es nur noch einmal abstellen kann. Und das Letzte. Ich würde gerne Tamilisch verstehen, was sie wirklich sagen. Ah! 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 Du 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 du